auwe Halt auf sie auf Weißt du wie bestätigt denn die da vorne ist? Ja doch, weiß ich Okay, wir steh nicht mit dem Achtung Denk mal der kleine nur, ne? Aber wir brauchen dringend den Dings, ey Das ist immer nie für die Rüstung, ey Ich schwör's dir Ich schier, du Bin tot Ich war da aufzuheben, ne? Mhm Hier wieder zusammen dahin, ne? Wechsel, wir haben auch 82 GB frei, ne? Ja Das sollen wir dann aufnehmen bis halb 6 oder so? Ja, würde ich sagen Stunden noch oder so Oder eben halt wenn wir Dings besiegen natürlich Oder? Mhm Das hat wir besiegen vor den Dings, unseren lieben Freund Ja, soll ich sagen, ist das Ziel der Aufnahmen, oder? Ja Ihn zu besiegen Ihn zu besiegen Schon mal auf jeden Fall Mhm Also liebe Zuschauer Macht euch darauf gefasst, dass die Aufnahmen nie endet Ja Wieso, wir haben es ja fast geschafft jetzt, ne? Krass Nur wegen dem scheiß Lags Ja, ja Aber die Lags sind schon, ne? Ja Bei mir muss da haben wir ja schon lernen, wenn ich mir auch wenn ich Dings rendere gleich, ey Du spielst kein mit Hm? Ja Nee, du spielst kein mit Nachher Ja Ich weiß, ob die Name spielen kann, wie gesagt Ja 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 Ich bin hier im Monat halt drinnen sogar unten Kann sein, ja Kann sogar gut sein Kann sogar gut sein War nicht ne erste Aufnahme hier unten drinnen, dann war ich jetzt im Monat oder so Ja Ich mein, wir sind doch hier zum Dings, die auch noch nicht, Richtung Gebiet gehen wir doch Ja Wollen wir uns den Kopfhörer finden Sieht sich, wie wir alles an den Dings rausfickt, ne? Hm Auch ihr seid da Gefunden Ich bin mitten drauf gefallen Tut doch weh Ist doch auch wie getan Ist doch auch wie getan Ist doch auch wie getan Ernsthaft? Sind da welche mit? Ja, hier was zum Zweifel stimmt Die können wir jetzt auch anbauen Mal ein bisschen zusammen mit jemandem Ich hab schon hier alles gecraftet mal so Perfekt ist noch wieder einer, siehst du das? Hexe? Schleim, pass auf Also mich schon wieder eingewachsen da oben, siehst du das? Pfff Übrigens, du brauchst da gerade deine Treppe ab, ne? Ich weiß Treppen sind überwerte, freu ich nicht Sieh zu Ey, hier ist die Goldkiste Hm Silber, Bomben Oho Oh, was ich gefunden hab? Na Magic Mirror Nein Doch Und der Hunter Potion ist hier auch noch Ich hab Magic Mirror Oho Hexe? Hm Ich werd nicht befreundet zuhause Das kann gut sein, ja Nie wieder Wer was machen Ähm, ist dann Oh Gott, da ist ein Vulture Was? So ein Vulture Vulture, warm Aska, ja Ja Okay Jetzt ist er tot Oho Oh, ist das passiert, so wie ein Baum geflogen oder was? Hm? Ist das gegen Baum geflogen oder wie es passiert? Nein, ich hab ihn auch gedrosselt Pssst Darf ich sagen Bin zuhause Bin noch Ja Hex, was brauchst du so lange, ja? Ich ess ohne dich, ja Ich ess ohne dich Platsch Oh, Glück hat dich lebt noch Oh Wir sind zu Glück Blinkroot Seeds Blinkroot Seeds Blinkroot Seeds Blinkroot Gel Blinkroot Gel Wacken Wacken Machen Halt Holz Schaube Das wollte ich jetzt nicht. Soll ich die Kaki hinüber anpflanzen oder unten? Weiß nicht. Ich fand sie einfach unten, würde ich sagen. Kannst du machen. Kannst du nicht wieder so einen Raum bauen wie letztes Mal, oder? Mhm. Wie so einen Züchtraum und du hattest mir ganze Pflanzenwohnen so, was hast du noch? Ja. Wolltest du einen so wieder bauen, oder nicht? Weiß ich noch nicht. Weiß ich praktisch, fand ich, oder? Naja, je nachdem, wie man es nimmt. Für mich hat er nur Platz weg gemacht. Wenn wir mal anders bauen. Nee, die besten größer oder so, praktischer. Hm. Wenn du ihn brauchst. Na, nicht jetzt. Ach, auf einmal. Ich hab mich auch nicht mehr bauen, oder? Ich hab mich auch nicht mehr bauen, oder? Ich hab noch was. Alter. Ähm, wie fand's mein Kaktin an? Hm. Sand? Ja, dann auch noch aufbeziehen, oder nicht? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, ob man das überhaupt anbauen kann. Kann auch sein, dass die von selber wachsen. Dann ist's der Next one. So wie auch noch was wir sehen? So wie auch noch da kommen, äh. Was ist das mit einer Fahrtmovelle? Ja, da, ich bin ja. So wie auch noch mal auf dem nächsten Mal. Ski, dann ist's das jetzt gut. Dasst, das ist ja nicht drin. Okay. Okay, kann man nur über dich anpflanzen. Dann machen wir es über dich, dann sehen wir mal. Wenn das vorbei ist, wahrscheinlich an seinem Freund, ne? Ja, googeln. Tafias. What you want? Unser Freund. Unser einsichtiger Kumpel. Was ist mit Schem? Jetzt nicht mehr, wahrscheinlich, ne? Nächste Nacht, oder was? Wird ein bisschen knapp, ja, ne? Ja, und die Bugs vor leider bringen, also wir können nichts machen. Dann würde ich mal einfach warten. Ja, ich habe im Tag genau 222 Flaming Arrows. Ja? Ja. Habe ich gerade schon wieder... ...gebastelt. Schön. Schön, schön. Schön, schön. Schön, schön. Mhm. 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 Genau. щ Oh, man. Oh, man, Hexer. Einrecken und strecken, dann geht weiter. So, wo waren wir jetzt? Du wolltest mir 5000 Euro schenken. Davon abgesehen, meine Führung. Wollen wir uns noch Frauenstars holen und suchen wir was. Können wir eigentlich, ja? So wollen wir ein Skybridge bauen. Nee. Wieso das noch machen, dass die da vorbei ist? Oh, ne. Bis die Nacht ist, haben wir Zeit. Müssen wir was machen bis dahin noch nicht? Inderwegen. Ich hole Zeug mal immer, ne? Richtig Skybridge. Irgendwann rechts bauen wir die, oder? Oh, was meinst du? Wir haben mehr Art genug Dirt, der zerwasser ist. Wir haben so viel Dirt brauchen wir niemals. Wir bauen immer mehr Dirt ab, ne? Aufgrund von Dings. Von Kunagraben, so ein Scheiß. Hm. Also ich komme mit ein bisschen Dirt und dann, wie ich sage, machen wir das Skybridge, ne? Von da oben aus, oder wo? Ja, von da eigentlich. Ach, baust du schon mal wieder fertig für Dings, oder was? Ja, ein bisschen ausgessern. Ja, ein bisschen ausgessern. Ja, ein bisschen ausgessern. Sehr schnell, ne. Soll ich uns mal bauen, oder? Nein. Hä? Brauchen wir eigentlich nicht. Mal beraten, weil wir hoch sind da. Ja. Nicht bauen. Wir brauchen Kabel für noch. Wir haben doch gar nicht. Scheiße. Wir brauchen einen Timer, ja, ne? Hm. Oh, tausche ich wieder. Du, ich weiß es nicht mehr. Ich benutze es so wenig. Die Zeit brauchen wir nur einmal. Das ist doch ein Problem, ne? Hm. Ich bin sehr viel, dass wir einen Timer waren, wir sind auch noch. Wow. Das ist aber am Hochbau und hoffen, was wir über uns zu kriegen in Silber ist. Das ist aber auch normal. Das ist das Problem. Das ist aber zu tun. Das ist das Problem. Also, wir brauchen das. Das ist zäbricht. Ganz ehrlich. Ich kann es nicht mehr am besten. Ich kann es nicht mehr aufer. Okay. Und jetzt muss ich ver suivi. Vielleicht kommen wir Vivam wieder einfach mal auf. Dann sind wir gearscht. Aber sowas brauchen wir. Oh, die kommen ja noch gar nicht. Ne, die haben, die sollten ja Souls, die können wir erst kriegen als nächstes, ne? Souls werden über den Harpen oder so. Ja. Solange haben wir Ruhe vor dem. Glaube ich, ne? Aber Harping kommen schon, oder? Hm? Harping kann aber schon kommen, ne? Ja.